Ja, und wie du sehen kannst, habe ich sie jetzt erstmalig in Betrieb. Die schöne neue DJI Action 2 mit dem Screen-Modul. Das sieht man hier. Und wenn ich es umdrehe, dann haben wir hier das Kameramodul, was auch nochmal ein Screen hat. Also Screen vorne und hinten. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei meinem neuen Video. Und wie du sehen kannst, habe ich wieder einmal Post bekommen von DJI. Und das schöne Paket, das werden wir jetzt gleich mal hier zusammen aufmachen. Lieferschein. Pappe. Und da ist das gute Stück. Die brandneue DJI Action 2. Ja, da ist sie also die neue DJI Action 2. Und passend dazu filme ich auch gerade mit der Osmo Action, also der Action 1 von DJI. Und dann kann man nachher die Aufnahmen ganz gut vergleichen. Okay, und dann werde ich jetzt die Action 1 nochmal ein bisschen umstellen. Und dann können wir das hier auspacken. Daraus mache ich dann auch noch ein kleines Shorts wie hier. Und hier sind die kleinen Teile. Das ist die Kamera an sich. Hier ist meine DJI Action 2. Entfernen wir die ganzen Folien. Vorne und hinten. Schön klein und kompakt ist sie. Äußerst handlich. Sieht sehr klasse aus. Und das Screen Modell. Ich habe das Combo mit dem Screen Modul gewählt. Diesmal. Da ich das am besten nutzen kann. Okay. Und dann wird sie hier einfach nur so draufgeklickt. Und zack. Mit Magnet ist das Ganze verbunden. Die Klammern halten sie fest. Und zum Lösen drückt man die Klammern runter. Und dann kann man das nach oben wegziehen. Ja. Und wie du sehen kannst, habe ich sie jetzt erstmalig in Betrieb. Die schöne neue DJI Action 2. Den Screen Modul. Das sieht man hier. Und wenn ich es umdrehe, dann haben wir hier das Kameramodul. Was auch nochmal ein Screen hat. Also Screen vorne und hinten. Nicht so wie bei der Action 1. Wo wir ja immer erst kompliziert den Bildschirm umschalten müssen. Von hinten nach vorne. Das ist so ganz gut gelöst. Ja okay. Ich werde dann jetzt schon mal ein paar Testaufnahmen wie gesagt machen. Auf der Comic Con. Da nehme ich euch dann gleich mal mit. Und wie gesagt. Du weißt ja Bescheid. Lass mir einen Daumen nach oben da. Für das Video. Schreib einen schönen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Abonnieren. Die Glocke drücken. Du kennst das ja alles schon. Okay. Und dann wollen wir jetzt mal die ersten Aufnahmen mit der Action 2 machen. So. Will ich nochmal schauen. Ich guck mal ein bisschen rum. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.